Ifanger AG in Usta ist der Hersteller von Zerspannungswerkzeugen für die metallverarbeitende Industrie, spezialisiert auf Innendrehen für kleinste Bohrungen und Rendenwerkzeuge. Zu unseren Kunden zählen wir Zulieferer der Automobilindustrie, der Medizinaltechnik, der Stecker- und Uhrenindustrie. Auch Berufsschulen und Unterhaltswerkstätten schätzen die Zuverlässigkeit unserer Produkte. Unsere Microturn- und Randak-Werkzeuge werden in unseren Werkstätten auf modernsten Maschinen hergestellt. So können wir sie direkt testen und ihre Effizienz ständig verbessern. Sonderwerkzeuge werden den Kundenbedürfnissen entsprechend konstruiert und hergestellt. Die konventionellen Ifanger-Drehstelle und Senker sind von Maschinen, aber auch von erfahrenen Mitarbeiter geschliffen und geschärft. Alle Produkte sind laserbeschriftet und damit klar gekennzeichnet. Das vielseitige Know-how in der Zerspannung von Metall und in der Anwendung unserer eigenen Werkzeugen hilft uns in der Beratung von Praktika für Praktika. Das eigene Werkzeugprogramm ergänzen wir mit Handelsprodukten marktführenden Herstellern. Darunter zählen wir auf Spannsysteme von Albrecht, Fräswerkzeuge von Maikas Tag, Wendeplattenwerkzeuge von Kennermetall und besonders schnittige Hartmetallwerkzeuge von Entika. Dank effizienter Produktion und einem großen Lagerbestand sind wir in der Lage, unsere Kunden in kürzester Zeit zu bedienen. Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne und freuen uns, Ihnen unsere vielseitigen Erfahrungen zur Verfügung stellen zu dürfen.